Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Ralki und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of X-Tiller. In der letzten Folge, ja, äh, ja, Alvin, äh, 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 ratet mal von all den Sachen, was er hätte machen können. Äh, ach, äh, er hat uns verraten, was eine Überraschung, uh, wir haben alle gelacht. Ja, äh, leider müssen wir jetzt hier aus Gaios Schloss flüchten und wir müssen wieder hier so 5 Dinge aktivieren, wie in Fort Grandala und wir legen jetzt los. Genau. Ich bin nicht. Kann ich irgendjemand anders das machen jetzt? Mila! Leia, relax. Ich bin nicht gut genug für das. Hör auf, dass du dich nicht hier bist. Danke. Du kannst das machen. Wir gehen. Okay. Ha! Yes! Hurry up, you two! Bäh, 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 was soll das? Ich hab grad im Ohr rumgebohrt. Ich war nicht vorbereitet. Nobody leaves me behind in a party. Oh. If you've been Gaios as Henschwomen all along, then you've been after us ever since we escaped Venmo. Al sold you out to his Highness way back in Niakara. Al? What do you think? Huh? Hardly. That man's no ally. Huh? I'll leave our relationship to your imagination. All I'll say is this. Al drift from one group to the next like a ship without a compass. Trying to plot his course is impossible. Serves you right for trusting him. Dann war ich wohl ein verdammtes Genie. Sag mir nicht, dass ich gegen euch beide... Nein. So high and mighty. It's time someone broke your arrogance. Enough! You didn't become a veteran of countless battles through meaningless bloodshed. Has your youth gotten the better of you? Don't lecture me on age, Dilbert. Your ways are old. Therefore, you falter. And then you flee. Guck mal, was macht er in mir? Was so? Hätte er sich in deinen Super-Zeit schon verwandelt? Was so? A sudden burst of mana. He has a booster. He has a booster. Who are you? Why? He is. 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 ach du ja so ein schlechter scherz wir müssen ja niemand mit niemandem verbunden okay du bist eine magierin ich muss dich töten ich habe mir schon gedacht einer freundlichen verdammter markt das war geil so viel heilung nicht gut wann ich das letzte mal gespeichert hat gerade aus ihrem buch verdammt nein ein ring doll noch ein noch mal okay das tue lange macht man hör auf sagt und jetzt verdammt ich hätte den mond aus dem witz und solche die ohren können die sich auch miteinander verbinden wenn sie mich verarschen wir haben sich miteinander verbunden das war richtig jawohl nein die können sich auch gegenseitig beschütten was soll hat gott nix und er hat sich ein super hat schon verwandelt da muss ein super zeit in sein erz heller haare bekommen eine aura gab das hat man vielleicht auch die schwächen der schwäche feuer wenn ich eine einsetzen sollen was ich habe sogar verbundene ich hoffe er hat aber irgendwie was hat sie nach nein aber aber allein mila ja auch damit ja weil du dies gut gemacht was du überhaupt ich glaube okay du bringst es irgendwie nicht obwohl eigentlich sie ist dagegen feuer und zack und wir gehen die tp aus und jetzt auch leicht tot geil ich hätte mal vielleicht hier so machen sollen von ihnen klauen oder das ist aus wie der angriff von elfen verdammt jetzt war der auf dem mond haus englitz er war im und fern kollision geil er hat sich in super verbandelt kann mir aber irgendwie bekannt vor habe ich dann nicht auch in tels of cillia 2 gesehen also den trailers und so hat der hauptcharakter nicht auch irgendwie so weit was ich schätze mal wir müssen dann nach hamill revolutionär was wir sind der revolutionär nachschauen du müssen war tragödien hamill ich will care the people of that village treated you horribly it's true that we were bullied a lot but there was a man who gave us fruit and a woman who put a blanket over me so i wouldn't get cold they didn't deserve to have horrible things happen to them i see and having a great spirit running wild would be so scary it was the rush a goal army that attacked right why would they do that i ja vor die typen wieder irgendjemand nicht finden und wahllos irgendwelche leute kaputt haben fragen wie man so bescheuert sein kann also gut ich schätze mal wenn du hier das lernst dann kann ich auch erweitern das war nicht wo ich jetzt mal aufgabe aber ich mache jetzt einfach hier weiter verdammt dann schaltet er auch seine zweite helium kugel frei denke ich mal da was haben wir ja noch kurz nach doppelsprung muss ich noch lernen dunkel schutz kannst du angriff in der luft abwehren warum sollte ich das tun können warum warum war ich nehme als stabilitäts dingen für meine nach einen erfolgreichen rückwärts schritt man über am boden fünf sekunden lang zu taubeln dann muss ich ja nur so viel lernen ja auch du hast gar keine wappen ja super gott beweglichkeit das hier wollte ich lernen es hat zwei wochen ok stimmt schon mal das tier weg 5 prozent hier sind fp dann das hier sagt ok über die fertigkeiten und er hat 16 immer noch also kein level up beweglichkeit und verdammt und zugeben da habe ich bis jetzt noch nie gesehen so hat hat gekontert wurde so dann nehmen wir noch diesen sack und den da hinten wenn wir schon dabei sind und dann gehen wir noch nicht nach standen dann gehen wir nach dann gehen wir nach schauen du nein ich möchte zwischen den speichern weil ich habe jetzt drei für aufnahmen die chemie chimeriade schwere und garde ich hab da für tiere den ich mir nicht aus vogel schlange na gut dann gehe ich mal hier zum speicherpunkt zurück weil es kann weil ich speichern will und ja weil es kann und weil ich speichern will und weiß kann weil ich speichern kann so ich möchte noch mal kurz nein wir haben möchte ich mal gucken jetzt in superzeit schon verwandelt jedenfalls das war es von mir und von let's play tales auxilia für diesen part und der typ hier hat ein ausrufezeichen dem ist man sich zum folge vornehmen danke für zu stehen für zu sehen und sage tschüss